Klingt, als würden die öffentlich-rechtlichen Kollegen Jugendsprache erklären. Crazy, wir haben Steppis Website geteckt, die ganzen guten alten Spots und so ein Zeug. Lektion 1, Vermeidung von deutschen Hauptwörtern. Sagen Sie nicht, ich lasse das Wasser aus dem Schwimmbecken ab, um ein bisschen Geld zu verdienen und um das Skateboardfahren zu ermöglichen, sondern... Hab diesen Nebenjob aufgezogen. Ich lasse Pools ab für ein bisschen Cash und eine gute Sash. Damn, echt? Richtig. Ich lasse den Pool ab für ein bisschen Cash und eine gute Sash. Ausgefallen.